Moin die Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute Polizeiwitze. Ruft ein Mann meiner Polizei an. Herr Wachtmeister, schnell, kommen Sie her, hier schlagen sich zwei Frauen um mich. Fracht der Polizist. Ja und, wo ist das Problem? Sagt der Anrufer. Ich hab Angst, die Fette gewinnt. Wenn die Polizei sagt Papiere und ich sag Schere, hab ich dann gewonnen? Was ist der Unterschied zwischen dem Eiffelturm und der Polizei? Beim Eiffelturm sind die großen Nieten unten. Fahrzeugkontrolle. Der Polizist geht zum Fahrer. Ihr linkes Rücklicht brennt nicht. Der Lkw-Fahrer steigt aus, geht nach hinten, bleibt fassungslos bei dem Fahrzeug stehen. Sehen Sie, sagt der Polizist freundlich, es funktioniert nicht. Zum Teufel mit dem Rücklicht, sagt der Fahrer. Sagen Sie mal hier, wo mein Anhänger ist. Steht ein Polizist in der Küche und versucht, eine Büchse Fisch aufzumachen. Erst reißt er die Lasche ab, dann verbeut er mit den Büchsenöffner die Seitenwände, dann verbeut er den Deckel, kriegt sie nicht auf. Schließlich nimmt er seinen Gummiknüppel, haut mehrfach auf die Dose und ruft, Aufmachen, Polizei! Das war's für heute, macht's gut, bis morgen nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was. Das war's für heute, macht's gut.